Jemand hat böse Mann verraten und ich denke mir, what the hell bro, um was geht's denn, was ist jetzt schon wieder los, aber unser Lebensgeführter, unser Habib Elbi, unser Freund, ja, Matthias Klamens, hat eine Story gemacht und was er da alles vor sich gibt, ist schon wieder mal unter aller Sau, ich bin gespannt, meine lieben Damen und Herren, ich habe das Ganze schon vorbereitet für euch, ihr seht, er hat viel zu viel geschrieben und wir müssen jetzt wirklich langsam das Ganze angehen, es geht auch um unseren Bruder Attila Schaltzentrale, der auch mich weiterhin auf meinem Weg auf YouTube unterstützt, auch ich unterstütze ihn, ich habe mehrmals auch auf seine Videos reagiert, ihr könnt ruhig auf seinen Kanal vorbeischauen, Wir machen eigentlich relativ gleichen Content, er befasst sich detaillierter auf die ganze Sache ein, ist auch wirklich ein toller Mensch, also wirklich Support, 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 ja, ihr seht, um 10.51 Uhr habe ich den Screenshot gemacht und ihr seht, ein Dyson Staubsauger, also unser lieber Matthias Klamens, bei ihm läuft, ne, ist ja kein Staubsauger, sorry, das ist ja dieses Ventilator, Ventilator, im Wert von 600, 700 Euro, weil er hat ja diesen schwarzen, diesen Booster, ne, mit Geruch, aber okay Freunde, es geht um die Frage, was wollt ihr wissen, Sektologen, wir sind ja nämlich im Zoo, er meint halt natürlich seine Sekt plus, aber Sektologen hört sich an wie Zoologe, Sektologe, kommt nochmal was gegen Bösemann, Schrägstrich Attila Schallzentrale, ja, also ich bin gespannt, ne, beide, mit dem, mit beiden bin ich eigentlich relativ gut, also wirklich gut, Attila, mit dem habe ich wirklich intensiv Kontakt, auch auf Instagram und so weiter, also er ist wirklich ein korrekter Dude, unterstützt mich auf allem und jedem, also er ist wirklich ein cooler Mensch, ja. Also es geht los, ich zeige noch Farid Haustür und erkläre, wie der Ablauf gewesen sein muss, dann ist das Thema zu. Also, was ich sagen will ist, unser lieber Matthias Klamens fährt extra zu Farid nach Hause, um Farids Haustür abzufilmen und uns zu zeigen, wie das genau ablief. Alles klar, Digga, alles klar, Farid Bang sagt nochmal so, Matthias, hier sind die Hausschlüssel und so, film bitte alles ab, mach das in deiner Story, danke dir. Peace, ja, ich geh jetzt trainieren, oder? Was denken sich die Leute, Digga, also? Ansonsten, sinnlos, gerade gegen diesen Attila sag ich nix, ich kenn den nicht und scheinbar schickt Bösemann den vor, der dann Nibelkerzen zündet, was er mir vorwirft. Also ich kann dich beruhigen, lieber Matthias Klamens, Bösemann schickt gar keinen vor, wenn, dann macht das Farid Bang mit Mock und Cashmo und so weiter, er schickt diese ganzen Leute vor, oder dich, lieber Matthias Klamenius, aber Bösemann hat weder mich geschickt oder auch Attila, Digga, Bösemann hat das nicht nötig, sondern wir sind auf dem Weg der Gerechtigkeit und sind im Weg der Gerechtigkeit. Und ich hab schon mehrmals Videos gemacht, auch gegen Bösemann und hab gesagt, ey du Bösemann, das war nicht so korrekt von dir. Genauso wie bei Ali Osman und so weiter, ich bin bei der Sache eher so dieser, ich bin bei niemandem gebunden, versteht? Ich bin da ganz ehrlich und direkt und wie gesagt, da braucht uns der Bösemann nicht schicken, wir sind ja kein, wir sind nicht im Weltkrieg, ja, wo jetzt Soldaten nach vorne geschickt werden, Habibi, ja, verstehst du? Okay. Er weiß alles, er weiß man, er weiß man, wie der Richter über Notwehr entscheidet und wann nicht, also er weiß, wann der Richter über Notwehr entscheidet und wann nicht, er weiß, wann die Polizei von sich aus agiert, wenn ein Beef öffentlich wird, was weiß er nicht. Also macht er sich da, glaube ich, lustig über Attila oder wie? Okay. Gehen wir weiter. Karate Tommy, Kids-Legende ging mit, okay, jetzt erzählt er uns natürlich eine Geschichte von Karate Tommy, jetzt sind wir gespannt, ich versuche auch mit der Erzählerstimme das Ganze zu machen. Karate Tommy, Kids-Legende ging mit zwei anderen stabilen Jungs in einen Club, um ein Gespräch über eine Ablöse zu führen. Drei Männer warteten und schossen zwei Magazine leer auf Tommys Kollegen und nur Karate Tommy konnte den Schüssen entkommen. Später gab es Notwehr, weil der Richter der Meinung war, das Auftreten von Karate Tommy sei so erschreckend und angsteinflößend, er meint wahrscheinlich angsteinflößend, die gegenüberliegende Partie, Partei, Partie, hätte aus Angst zwei Magazine gelehrt und wollte noch ein drittes Lehr machen. Aber, wenn ein Rapper mit einer gewaltsamen Absicht bei dir klingelt und schon randaliert, gibt es keine Notwehr? Wir stoppen mal bis dahin. Erstens, zum ersten Mal nennt ihn Matthias Rapper, er nennt Bösemann Rapper. Also er ist doch ein anerkannter Rapper. Davor hieß es ja ein Möchtegern-Kin und jetzt ist er ein Rapper. Zweite Sache ist, okay, die Story mit Karate, Tommy, was hat die jetzt mit Bösemann zu tun und zwei Magazine lernen, ich verstehe das Ganze nicht und das hat dann Freispruch oder... Okay! Eines möchte ich aber sagen, Bösemann hat nicht randaliert, also er hat an das Fenster gekloppt und an die Tür, hat er mit dem Fuß vielleicht ein bisschen getreten, aber randalieren und randalieren verstehe ich was anderes. Und randalieren verstehe ich was anderes. Aber die Geschichte von Karate, Tommy, ist schon ein bisschen spannend, muss ich dazu sagen. Also, dass er als einziger überlebt hat und die zwei Freunde von ihm tot waren und trotz allem die anderen, die getötet haben, danach Freispruch bekommen haben, ist spannend. Also ich kannte die Geschichte ehrlich gesagt wirklich nicht. Ich kannte wirklich nicht. Gehen wir weiter. Bitte, ich kann mir so ein Gespräch nicht geben. Anwalt, Staatsanwalt und Richter in einem ist Bösemanns Lauf, Herr Bursche. Ja, es geht um Attila wahrscheinlich. Die wollen, aber nochmal kurz, Matthias, damit du Bescheid weißt, warum Attila auch relativ gut sich mit den Gesetzen und mit dem Ganzen auskennt. Er hat ja selber eine sehr, sehr, sehr turbulente Vergangenheit und hat auch mit dem einen, er saß ja selber auch im Gefängnis. Er hat selber auch mit den Gesetzen viel zu tun gehabt und hat auch viel Wissen dann angeeignet, was auch relativ gut ist. Warum nicht? Die wollen eh nur Content. Bestgeklickteste Video, wo Kollegah und mein Name im Titel steht. Das werden wir jetzt gleich nachschauen und kontrollieren bei Attila, ob wirklich das bestgeklickteste Video bei Attila auch um dich geht, weil ich bin mir hundertprozentig sicher, das ist nicht das Video über dich, sondern da geht es um Bösemanns, weil ich weiß. Daher noch einmal, ich persönlich vor Fahrräts Haustür alles zeigen, dann Thema zu und alles geklärt. Digga, ich finde das so lächerlich, ja, so lächerlich. Er muss jetzt zu Fahrräten nach Hause fahren, alles abfilmen und eine Story dafür machen, um das Thema zu schließen. Digga, das ist ja so, Matthias, du bist ein Businessman, Digga, du hast Seckplus, du hast dies und das, hast du die Zeit dafür, zu Fahrräten nach Hause zu fahren und das muss man so heftig einschleimen oder wie, ich verstehe das nicht. Ich habe dann nichts mehr zu sagen und ich sehe mich voll im Recht und ich gehöre auch zu keiner Partei. Ich rede alleine, bin der Einzige, dessen Eier so groß sind, dass er keine Partner braucht für Beef oder Diskussion. Keine Ahnung, ich bin dir ganz gezerrlich, ich habe das Gefühl, du schleimst ein bisschen bei Farid Bang ein, so dieses Einschleimerei, so dieses Mimimimimi. Ihr versteht auch, was ich hinaus will, ne? So, wir sind jetzt bei Attila auf seinem Kanal, ne? Liebe Grüße an Attila übrigens, ich hoffe, du siehst das Video, Bruder. Okay, jetzt gehen wir auf Attila, sein Profil und auf beliebteste und boom, ist das beliebteste Video von Attila. Böse Mann, jetzt kommt die Wahrheit auf den Tisch. Böse Mann Gang vs. Black Jackets. 40.000. Danach das zweitbeliebteste, Sinanji Statement vs. das ganze FaceTime-Video mit Sarah und die zweijährige Nichte. Drittes. Hales Angels, Mitglied, spricht über Farid Bang, Flair, er hat uns und da ist auch, da bist du auch nicht zu sehen, übrigens Matthias. Nächstes. A. Böse Mann droppt Ansage gegen Kollegah und Zeg Plus CEO. Und wo bist du da zu sehen, Digga? Du bist hier nirgendwo zu sehen, aber es steht Zeg Plus. Das stimmt schon, aber es ist das viertbeliebteste Video. Es ist nicht das aller, allerbeliebteste, da gibt es schon drei Stück und zwischen das beliebteste und dem sind ungefähr 15.000 Klicks. Das sind so Sachen, die gesagt werden, die halt einfach nicht stimmen, Digga. Deshalb aufpassen, was genau in meinem Internet da präsent gegeben wird. Viele Sachen stimmen halt nicht, aber es ist eines der bestgeglichtesten. Das stimmt schon, aber ich glaube, das liegt an Kollegah, weil Kollegah ist schon ein eher so, oder Böse Mann. Das war so eher so das Thema, was schon spannend war. Was aktiviert ihr dazu, meine lieben Freunde? Schreibt mir das unbedingt in den Kommentaren. Abonniert den Kanal, wenn ihr mehr in solchen Videos sehen wollt. Liebe Grüße an Attila, an Böse Mann und auch an Matthias. Ich habe auch nichts gegen ihn. Und ja, danke fürs Zusehen, meine lieben Freunde. Wir sehen uns natürlich im nächsten Video, wenn es wieder mal heißt, Egyptian is the Helios. Peace.